Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die sogar die Nadel im Heuhaufen finden. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki-Banoki Late Night und wir machen das schnell 30-Sekunden-Battle. Und Daniel fängt an und er nennt alle Begriffe, die ihm einfallen. Nenne alle Fußball-Profis, die dir einfallen. Mario Basler. Lola Matthäus. Hades Rummenigge. Mario Balotelli. Vinny Adler. Maradona. Pilli. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Luis Figo. Michel Groninger. Sokrates. Sokrates. Stopp! Sokrates war ein Brasilianer. Ja, Christian. Nein, Grieche. Du hast... Aber ist egal. Sokrates? Sokrates? Habe ich ja von Sokrates gesprochen. Sokrates. Von Borussia Dortmund. Genau, und der Malilo Balotelli hast du gesagt. Mario Balotelli. Malilo hast du gesagt. Echt? Eigentlich hast du verloren. Mario... Ja, schade. Ja, das Gute war, also der hat einen Vorteil gehabt, weil du hast einmal zu lang überlegt und dann hat er schon die Zeit gehabt, sich einen auszudenken und in dem Moment, wo du einen gesagt hast, hat er schon wieder nachgelegt. Und dann musstest du wieder ran und dann musstest du wieder überlegen. Und da kamst du nicht mehr raus, ne? Ja. Schade, Daniel, schade. Ein Teufelskreis. Schoki Banoki hat dich wieder besiegt. Ähm, dann sag ich doch mal... Cheerio, bis Sophie, bis zum nächsten Battle. Ciao. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.